mein altes gutes brachstück sandertiger mt4 g3 locker steht auf 0,0 dämpferbrücken sind gerade normal habe ich keine geraden dämpferbrücken noch mal kein speedrun 6s gents ace regler ist max 8 v3 motor ist natürlich 10 shop wie in allen anderen autos auch 2200 kv übersetzung muss ich lügen irgendwas mit 46 motor genau zuerst irgendwas mit 16 46 mal gucken was geht da kommen jetzt fahrräder das ist ganz schlecht da müssen wir warten gerade schon einmal kurz ausprobiert mit den reifen nicht unbedingt witzig sieht aber gut aus auch an 6s ist das absolut hammerhart da ist der andere kollege das video seht ihr dann bei der silvassen aber hier sieht man auch schön von der größe her und wir sind jetzt ungestört wir können jetzt weiterfahren fangen sie mal bitte bei reiten ok wollen wir mal gucken straße ist frei die branche ist ein bisschen stark eingestellt ja komm da geht noch was die branche ist vorher im assi gefahren zieh durch komm noch mal oha da kommt ein auto da ist noch weit weg der locker zeigt 93,5 km h folgers war leider nicht möglich absolut genial aber schneller der nero war 93,6 wir werden gleich noch ein battle sehen aber leider nicht auf meinem channel sondern auf dem channel von sa sylvia alles klar tschau wenn ich mich filmen wenn ich ihn raufen bin geil alter ist das hammer das war eh vorbei einmal eine schachtel kippen im video gab und sofort du rauchst tun sie doch alle oder nicht tun sie doch alle wechseln hab ich noch einen vollen ich hab auch noch was komm lass uns so fallen wie wir jetzt sind alter 93 ey soll ich laufen lassen oder am ausmachen 98